Bier So Da muss ich mir mal wieder einen Elkw zuregen Ja, ich hab ja mein Tatra Tatra So Ich bleib bei MEN 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 Juhu Ey, mir ist vorhin meine Ladung abgekippt, ne? Okay Musste ich jetzt erstmal wiederholen Nein, und ich schieb das wieder rein Spiel wird pausiert, speichern MEN Hella Was ist denn noch? Alles klar, hab ich die Scheiße aufgegabelt, alter Juhu Hehehe Winst du den Scheiß aufgegabelt, die Kacke hier Passt Ich kann nicht wenigstens fahren. Alter, ist grad nicht passiert. Ich dreh mich hier so rückwärts, weißt du? Und auf einmal, oh man, und auf einmal fliegt mir das Ding ab. War nicht geplant. Passt. DDDDDDDDDDDDDD Wo sind wir hier eigentlich? Mal gucken. Wir sind in... Alter, Lichtenfeld. Wir sind als eigentlich rechts gefahren. Und du bist links gefahren. Vom Händler? Ja. Ne, du bist links. Ich muss rechts, weil da mir meine BGA ist. Nee, ich denke das ist falsch, bruh. Hä, wo fährst? Achso, du meinst vom Händler direkt, ich dachte von der Hauptstraße. Bruh. Sollen wir zu diesem Riesenvieh hier wieder in den Ränden, Alter, der hat einen Hänger noch. Aber ganz schnell gewusst. Müsste ich hin, ja. Ach, da hinten und dann links. Oder rechts? Nee, es war rechts. Hauptstraße, rechts oder links? Hä? Genau, das ist richtig. Und dann, nach dieser Tankstelle musst du rein. Oh. Das ist doch die letzte verloren gegangene Ladung. Oh, die ist sogar umgeköpft, wie geil. Stehe ich ja voll drauf. Alter, der ist mir grad nicht voll in meinen Arsch gedonnert. Ja. Ey, aber teilweise denke ich mir echt, die NPCs haben ihr Führerscheinbar GTR gemacht, so wie wir beide. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich richtig fahre. Ich fahre einfach gerade aus. Du bist schon falsch. Ich weiß nicht. Ja, dann sag mir doch mal, welche Nummer das Haus ist. 38. 30. Sie verarschen? Ein bisschen, wieso? Mann, Alter. Ey, ich bin grad echt zu doof, um den Teleskop leider richtig hinzustellen, Alter. Du sagst mir mal auf der Hauptstraße links. Wow. Und dann nach der Tankstelle rechts. Da war keine Tankstelle. Klar war dann Tankstelle an der Straße. Das ist so eine kleine... Du bist wieder vorbei. Das ist aber keine Tankstelle. Alter, muss ich vorbeikommen oder was? Ja. Muss ich da irgendwas hinstellen? Muss ich da riesen Straße hier rückwärts rausfahren? Warte mal, ey. Ey. Warte kurz. Was? Scheiße, ich kann die... Ich kann das hier nicht hinstellen. Kann ich irgendwas da hinstellen? Ne, na? Na, na. Du bist mal in Kostenrolle. Doch, geht es? Weiter, weiter, weiter. Hm. Ah, ich hab's glaub ich gefunden. Warte, du wirst es gleich sehen. Da, wo der große Baum jetzt an der Straße steht. Wo steht jetzt ein Baum? Da bist du grad vorbeigefahren. Kurz nachdem du da vorbeigefahren bist, hab ich den platziert. Oh. Da steht ein Baum. Lass mich verarschen, da steht ein Baum an der Straße. Touché. Da steht so viel Baum an der Straße. Touché. Das heißt, Scheiße. Aber ich darf ja nicht mit dem LKW langfahren, da steht Motorrad und Auto. Ja, und haben wir ein Motorrad. Das wär nice. Wär schon geil. Einfach so schieben, schieben, schieben. Auch wenn ich hier schiebe. Du gehörst dahin. Also ist das ja eigentlich mein Hauptquartier jetzt gerade? Ja. Ungefähr ungefähr, ja. Okay. Okay. Es ist unsers, aber ich bin halt größter Zeit an der BGR tätig. Was ist denn der hier rein? Ja, Mist. Scheiß drauf hat zu passen. So. Das Problem ist, ich muss jetzt noch... Ich bin... Ich frag mich eigentlich, warum ich so blöd bin. Weil ich muss jetzt noch mit dem... mit der Sämaschine da rein. Haha. Au. Hallo. Tor zu. Dankeschön. Was war da drin? Oh, da war heute. Wie praktisch. Ähm. Die Tür kommt zu. Kommt die dazu. Gucken, ob der in dieser Garage da reinpasst, die da gerade war. So, lassen wir den Motor mal ganz kurz an. Mach mal hier mal das Rolltor auf. Stellen wir hier wieder ein. Das ist echt Maueralter. Was? Was? Äh. Mein, mein, mein... Häcksler, der passt da rein, wüsste. Aber nicht der, ähm, Dings. Der, das Schneidewerk davon mit. Ach, so. Was ist denn noch hier so? Ich würd mal sagen, das ist hier wohl sehr, sehr knapp. Ähm. Ähm. Ja, klar, Felix. Äh, so ein richtiger Bauer sind wir. Ne, Andrew, wir sind Bauern. Ähm. Habe ich... Habe ich da nicht meine Radlader drinnen? Habe ich, gut. Ähm. Ja, genau. Weil ich will nen Trecker kaufen möchte, alter, das ganze Geld habe. Wie viel brauchst du? Viel. Ich hab nur noch 224.000. Ja. Jetzt bin ich echt zu dumm, um den da drinnen, um den da reinzubauen, äh, einzuparten. Ja, aber sehr. Learn Between Chico. Ja, sehr. Ah, mir ist ja noch ein Pratsch. Was ist das, was ich da? Eh? Ah, das ist klar. Alter, das war so eine Kackidee, die Teile da rein zu fahren, Alter. Ey, na, vor allem mit dem großen Challenger. Mh, machen wir mal das Tor hier auf. Erstmal gegen die Kersche gefahren, jawohl, ja moin. Mal, kann ich den zufällig, wenn ich jetzt hier runtergreife und... Alter, jetzt bloß nicht zu schnell, ey, fahren. Ach, 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 ach. Warum wer hier nicht mal loslässt? Muss ich denn keine Handhaben probieren? Welche? Das ist der Ding, was im Weg stand. Achso. Das Spiel ist bei Wirtui. Helfer einstellen, aufsteigen, Karte vergrößern, Rufe. Warum willst du nicht ab, du Scheißhänger, Mann? Dann musst du einmal Dreieck drücken. Und doch. Jo. Oh, ein bisschen schräg, würde ich mal meinen. Und was will ich damit? Wir haben ja noch gar kein... Woll grad sagen. Du. Ich wollte grad sagen... Oh, Pilze. Ähm, egal. Klappe zu. Gucken, ob ich hier überhaupt noch einmal... Ob ich... Scheiße. Wohl könnte... Ja, schön. So, erstes Ding... Dieser gelben Scheiße ist ihr eingefahren. Ey, ey, ist das doch fast schwierig, ey. Das heißt bei mir, Alter... Ich werde hier ein bisschen mehr Geld geben. Du hast den Tageslohn noch nicht. den tageslohn kriegst du um 6 uhr hast du noch nicht gegessen oh muss ich essen mal hier da ist kommen nein 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 Oh, nö, oder? Saat wählen. Oh, dann will ich erst mal essen. Als ob. Ey, sag nicht, ich hab die falsche Saatmaschine. Aha, geh essen. Ja, moin, ich hab die falsche Saatmaschine. Och, ey. Natürlich hier immer Verkehrsregeln einhalten, ja, immer winken. Und dann mal quer über die Straße fahren. Ja, oh. Ja. Ja, nehm, nehm. Oh, der Stick der Radnachschlager. Big Brau, wie viel fasst der hier hat? Neun Meter, alles klar. Was, 9.000? Als ob der hier mehr fasst. Eins, zwei, drei. Ja, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ähm, ja gut. Ich will nicht switchen. Wahrscheinlich gerade, der hat... Naja, habe ich mich jetzt echt vertan, Alter. Da, der kriegt 9.000 rein. Scheiße, auf den Flüssigdünner. Scheiße, auf den Flüssigdünner. So, nach... So, das ist Andrew. Ähm, eigentlich haben wir gesagt, wir switchen nicht. Ich habe gerade aus Versehen geswitcht. Ähm, egal, jetzt wird es weiter gelaufen. Oder jetzt gerade gefahren. Weil... Ach, ich habe es ein bisschen mal hier, weil... Da passt der Platz gerade. Machen wir mal eine Toll-Tote auf. Scheiße, habe ich das hier mal mit drin, oder? Ähm, nö. Geil. Das muss jetzt sein, ich muss einfach mal auf den Helfer gucken, was der da macht. Gut, der macht es komplett bis hinten. Das ist schon mal schön. Dann stecke ich jetzt einfach wieder hier. Ähm, Scheiße, auf. Machen wir hier aber auch mit der Garage zu. Ja, hauptsache, ich komme nicht rum, Alter. Der Wagen lehnt so scheiße. Mann, ist doch nicht wahr. Als ob er, als ob er die da eingeparkt bekommen hat. Was haben wir jetzt noch da? Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ähm, er hat hier auch noch einen Häcksler, Kona, zwei Mähdrescher, mit Laufband, okay. Ähm. Das könnte ich mir eigentlich auch für mich holen. Mehrzweckhütte. Ich glaube, da kann man aber auch nicht reingehen. Wir bringen die hin, komm. 1500 pro Stunde. Einfach mal ins Wasser gesetzt. Holen wir uns mal drei. Jetzt. Ich habe einfach mal random ins Wasser gebaumelt. Äh, ich will eine Werkstatt zu Hause haben. Ich bin bald bei mir oben. Und das war ja nicht so. Ja. Das war ja nicht so. Von. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Bitte schön, Felix, das ist ein Auto für dich. So, ich würde sagen... Wo ist denn der? Das ist der Dude. Ich lasse es laufen. Felix, bleib dran. Und wenn auch immer, du das jetzt mal verantworten für den Chat. Ich bin kurz weg. Ciao. Ich bin kurz weg. 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 Max Sooo Irgendwieder da Ich könnte mal kurz durchstreamen hier Fuck Hm? 100.000 Das muss mal im echten Leben so sein. Ist so, ne? So. Da kann ich mein Hänger ja auch umparken. Alter, hat er nicht gemacht. Da hinten muss ich noch fahren. Oh, was denn hier? Ja, bitte passen. Mal zählen. Hä? 4 1 Komm, ich bin nicht so fies, okay? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Oh, das ist klar. Eiskalb ist mein Kontrolle ausgegangen. 2 3 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 Hallo. 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 Oh, die könnte ich nicht reinstellen. Ist mein Gehalt schon da? Ja, ist schon da. Komm, 20 Uhr. So, schick. Ja, schick. Man, 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 man. So, schick. Hast du eigentlich schon meinen Wagen gesehen? Den weißen? Mhm. Aha. Okay, fahr ich mal wieder zu mir. Kannst du das Tor aufmachen? Ja, warte, ich muss selbst kurz. Moin. Ja, ich mach schnell auf, dann kann ich aus. Ich brauche Hilfe. Ja, du Fetzer. Danke Ihnen. Hallo Gino. Zu Dings komme ich wie? So was? Ich bin schneller. Ich hab mir einen Hänger nochmal geholt. Ich hab mir einen anderen Hänger geholt. Geil wäre, wenn der Blitz dann... Geil wäre, wenn der Blitz dann noch gehen würde. Geil jetzt rein. Ja, jetzt auf dieser Scheiß. Wo rein? Fährst du mir jetzt hinterher? Ja. Nein, ich fahr zum... Ich fahr zur BGA. Ja, und wo ist jetzt hier mein Hänger? Ach, warte. Ah, hier rein. Ich glaube, ich muss da rein. Ich muss da rein. Ach, da hinten steht er ja. Ja, da hinten steht er ja. Das ist doch gut! Übertreib doch deine Lage! Du warst mich eingequetscht, kannst du kurz ein bisschen rückwärts fahren? Na? Dankeschön. Gino, was ist los? Hab ich gefragt. Kannst du mir auch antworten? Patsch, hast du mir meine Karre gegen Dings gesetzt? Was machst du da? Sag mal AX! Sag mal, stell dich raus, komm her! Ich muss mir die Vorfahrt hier wegnehmen, Mann. Ernsthaft? Und ich fahr jedes Mal links? Einmal wenden, bitte. Oh. Das ist Gewohnheit. Aber den Weg zum Händler und so könnte ich auswendig fahren. Ich habe mir ein Navi trotzdem an. Ich glaube, ich kaufe mir einen Aussehner näher, Mann. Geht ja leider nicht. So. Nein. Hab ich schon wieder plausiert. Ja, ja. Wird auch öfter sein, leider. Alter, wie. Macht 30 Minuten für eine Zeit, alter. Alter. Macht 30 Minuten für eine Zeit, alter. Ich kaufe die Mail. Ich kaufe die Mail. Ja, das ist diese Scheiße verbirgt. Ja, jetzt muss ich so einen riesen schmalen Weg, alter. Guck mal, als ich raus war mit einem verfickten Hänger. Komm, aber teilweise auch eigene Dummheit. Äh. Dummheit ist, dass du so einen scheiß verfickten Platz ausgewählt hast. Wieder geht mein Controller einfach leer, alter. Lassen wir mal Radlader jetzt da rein. Ja, ich bleib auch hoch. Ernsthaft. 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 Willst du nicht schicken? Die gibts nur. Felix. Verarschneider, da fährt er gar nichts. Alter, Mann. Fick die Krise mit diesem Scheißweg. Ich bin genau den Weg gefahren. Joch. Ja, ja. Loll. Aber das stimmt trotzdem nicht. Ich fahr ja bei der 30er-Steigefahrschmerz. Alleine Weile. Ja, ja, mach ich auch. War das hier? Scheiße, war ich hier rein. Scheiße, ja. Offen mit Glück. Ah. Mein Glück verlässt. Das heißt, mein Hänger ausgebrochen ist, aber vom Feinsten. Immer gleich wieder da. Okay. Ich frage dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mann ey... Dann geht es immer noch nicht drauf. Weil ich gerade unterwegs bin, da kann ich nichts überweisen an meinen Rechner. Geht zwar auch voll über den Rechner, ich brauche einfach nur Start drücken, aber ich stelle mich davor an den Rechner. Mann, 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 Mann. Wieso spinnt mein Controller auf einmal? Mann, 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 Mann. 100.000 bekommst du hier hast überwiesen bekommen ich bin mal gleich wieder da ein moment amy Ich hab mir ein echtes geiles Fahrzeug geholt. Ich hab mir ein echtes geiles Fahrzeug geholt. Welches? Ein Baumsäger. So ein faszisches Gelbe. Hä? Bei was? Bei Forst? Bei Forstgeräte genau dieses Gelbe. Den 188er oder den 300? Ne 188er würd ich sagen. Den Gelben. Es gibt zwei Gelbe. Buffalo. Moin Guy. Jo. Jo. Wieso spackst du? Hör doch auf jetzt. So. 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 so jetzt muss ich aber nach hause fahren man man ist Ich kann mich wieder annehmen mit meinem Anhänger Ja so, den fahre ich jetzt mal ins Feld ran Da muss ich mir da noch einen Hänger holen für dieses Scheißholz Ich muss hier diesen ET-Runner holen ET ET nach Hause Telefon Hey, du findest Scheiße Ich find die gut Äh, lol Dieser Moment, wenn man sein komplettes Feld nicht richtig gesät hat Du bist gekündigt Vor allem, weil du mich auch zu kündigen hast, junge Dame Junge Dame Du weißt schon, wenn ich kündige, dann hast du keinen Arbeitgeber Arbeitgeber? Ich bin dein Chef Ah Nee Ich Cool Der Arbeitgeber kriegt Geld vom, vom, vom Arbeiter, ist klar Genau Zuha, der Fah-Fic-M-Fack Leroy 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 auch nicht willst du mich verarschen? ich will das aber auch auf dem Überladewagen aber da bringt mir das nichts wofür ist eigentlich ein Striegel? das interessiere mich maler, sohle was haben wir da als Gewicht so was ist Alter, wird die mich verarschen? nein was ist denn? nichts, nichts, alles gut ich suche den Hänger, Alter, wo ist der? das wird sich weg welcher Hänger, der große für den LKW? ja also ich sehe ihn, der ist bei Forstwirtschaft soll ich ihn nicht kaufen ja du weißt, welchen ich meine den ich von gestern hatte den ganz großen na, weißt du, welchen ich meine? ja wie gestern für den LKW, ja 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 steht beim Händler gut ja weißt du Vielen Dank. Warum bist du bei meiner BGA? Bei Wanko. Schade, dass man nicht mal so selbst noch ein bisschen vergrößern kann. Ja, du wartest du kurz deinen Comic schnell zu dir mal, also zu meiner BGA. Wirst du gefahren oder gedroppt? Also ich bin gefahren. Der ist gut. Verarscht. Du, ich bin gerade zum Händler gewesen. Jetzt hätte ich dich auch viel gesehen. Bin schnell wie der Wind. Ach nö, oder? Was denn? Nö, geil. Boing, 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 boing. Ja. Wollen wir denn morgen schon mal ein paar Bäume fällen gehen? Morgen? Ja, morgen. Also ungefähr nur eine halbe Stunde bis morgen. Äh, keine Ahnung. Aber ich warte ja nur, bis mein Geld jetzt hier drauf ist. Dann gehe ich in den Feierabend. Du warst schon längst Feierabend. Dein Geld war schon drauf. Ne. Sorry. Spannend, ne? Um 20.08 Uhr. Schade, dass man nicht so ein Ding mehr kaufen kann. Bei diesen Rolltorn. So ein Rolltor kaufen? Bei so einem Gebäude mit diesen Rolltorn. Schade, dass man das kaufen kann. Ja, ne? Ich muss immer schnell mein Auto da rausholen. Das ist schon wieder versenkt. Nein. Ich bin über den Berg gefahren. Ja, Andrew. Du darfst gerne mit meinem Auto fahren, du Arsch. Hast du nichts zu tun oder so? Willst du nicht Feierabend machen? Ich glaube doch Feierabend gar nicht. Hä? Mach doch gerade Feierabend. Du bist bei mir. Hey, hallo. Mein Auto. Ich parke ihn ein. Mach dein Auto das eigentlich auch immer. Warte. Ja. Das ist gut. War so viel. Das ist gut. Ja. So ein Transit brauche ich auch noch. Musst du sparen. Komm her, das machst du bitte nochmal, danke, wie dumm ist das denn, ich stehe neben dem Tor und nimm die Lust, Alter, ich schaue auf. Ich habe da jetzt erst noch Licht angelassen. Ah, hier ist ja der Stratter, nice. Okay. Wie kann man jetzt, kann man jetzt egal wo gucken, ob man so ein Lara-Dings hier findet, oder? Ne, das gibt nur die zwei. 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 Das ist der Bauernhof. Ist halt Feierabend, Mann. Guck dir doch nur zu, was für Probleme. Hör du auf. sehr gut mensch warte mal ich muss mal los den ernten ab kann ich noch nicht muss erst mal hinten wenn die klappe abmachen dann muss ich daran dennoch das rohr ausfahren so jetzt könnte ich zum beispiel erst ernten wenn die wenn das meist so weit wäre und ich habe so einen blumen kann man sich beleuchtung herholen das ist okay also ich habe eine taschenlampe und du so was halt also eine stunde also in einer halben stunde also wenn es 19 also mann alter was jetzt im echten nehmen oder mal sitzen und möchten wenn ich in echt leben meine stream will naja eine stunde 30 hinter mir habe das war genau zu den vergessenden blinker auszumachen nein habe ich nicht meine sonnenballoom sind fast reif ein hollo go nähe ich würde mal sagen ich mache auf das feld macht es denn ein in halt deutsch ist da das das ist das Gehst du mal bitte zu Feld 40 mit einem Mähdrescher? Ich versteh dich nicht, ist ja so leise. Gehst du mal bitte zu Feld 40 mit einem Mähdrescher und Dresch da? Ich bin da woanders. Wo bist du? Ich bin im Gabelstab da bei mir unterwegs. Ich bin im Gabelstab da bei mir unterwegs. Alter, wie ich das Geld finde, wie das Elfum aussieht. Ich bin my fault. Ramperscheide muss ich doch nochmal fahren. Ich habe das komplette Scheißfeld zu früh gemacht, Mann. Passiert, okay. Das ist mir gefallen, wenn ich... Wenn ich jetzt einen Laden-Suchbeschlechtlumpen haben, ist es nicht sehr, was ich, wenn ich... Ich bin aufgroomst, dass ich keine Ahnung hab. Ich habe dich einfach gewünkt, dass es mich noch so sein muss... Jetzt bin ich vor dieser Stelle, Jetzt sind scheiß Autofahrer nicht zu los, Alter. Vornadeln wir rein. Das ist normal. Alter, ich will jetzt endlich dieses Kacks Feld haben. Was willst du machen? Ich will jetzt dieses scheiß Feld hier fertig haben. Ich will jetzt den Strand. Ich will jetzt den Strand. Das war eine Hänger, jetzt abgeholt, nur Trash. Och nö, oder? Boah, ich habe mich fast mit meinem LKW überschlagen. Und hier sind 50 Erlaubtungssteller. Was ist denn bei diesen Beschreibungen? Ja, ich habe mich fast mit dem LKW überschlagen. Dann strammt sich jetzt weg, du dummes Ding. Geht gar nicht. Kann ich irgendwas ranhängen? Nein. Kann ich schon mit dem? Ja, ich habe mich fast mit dem LKW überschlagen. Gut. 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 Das war's. 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 habe hast du gesehen wie viel ich die überwiesen habe ja wie viel recht noch was ja ich will arbeiten der mensch hat ist echt so ein kleines arschloch ich weiß ich will das feld hier wenigstens noch zu ende kriegen im stream alter ja rainbow spielen wir heute noch oder wenn ich das feld hier fertig habe ja 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 Als ich das auf dem anderen Kopf um Nene 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 Andrew, willst du mir mal ganz kurz helfen? Bei was? Komm mal her Du weißt, wo du bist Ah, komm, switche Du musst in einen LKW landen Bei mir, also in meinen, ja Wenn ich sage, jetzt fährst du mal bitte nur noch hinter mir her, okay? Und dann ist mein Anhänger wieder Da ist mein Anhänger voll Da ist mein Anhänger voll Deine Mutter... Andro... Ja... Ja... Hör auf... Deine Mutter, ja... Andro... Ja... Hör auf... Deine Mutter... Du weißt schon, dass du grad damit deinen Lohn verkackst... Verkackt ihr euch dein ganzes Leben... Wenn ich zu den Crew stehen gehe und die ganze Kacke aufhebe... Dann müsst du scheiße... In dein Gesicht schiebe... Nein... Sch... Kein Kumpane wird zurückgelassen... Jeder wird umgebracht... Siehst du, was mein Hänger macht? Das ist übrigens mein Hänger... Nee, aber ich will wenigstens hier Feld wenigstens auch fertig haben müssen... Mhm... Und was soll ich denn mit dem LKN jetzt hier stehen? Du... Wenn... Du fährst... Warte... Ich muss ja schnell meinen... Den Anhänger hier wegmachen... Dann fährst du bitte... Äh... Hinter oder neben mir her... Hm... Ja, okay... Hm... Ja, okay... Und los... Droh... Mach' euch selbst trennen, nhau... Warum soll ich denn mit diesem Mon... Alter, das dauert mir so lange, ich mach jetzt einfach mal Tempomat rein. Mach das Licht wieder an. Besser? Ja. Frag nicht, wie das Feld so geworden ist, bitte. Warum ist das Feld so geworden? Halt die Fresse. Halt einfach dein Maul. Du klebst mir an meinen Poppes. Ja. Ja. Und wie voll bist du? Ach, ich war die Hälfte. Alter was? Ja, dann darf ich drehen. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Oder Gas, oder Baumwolle. Ich geh an deinen Arsch, Mann. Schnupper mal. Und wie viel hast du jetzt? Elfte. Das Feld wird's nicht, Alter. Alter, wir machen jetzt deinen Hänger noch voll männig. Dann ist es vorbei für heute. Warte, Andrew? Ja, ich hab da noch so'n kleinen Porno bei ihm vergessen. Picture Garden Magic. Es tut... Ich hab jetzt 87% Und wieviel? 93 96, 97, 98, 98, 99, 100 100 Willst du einmal aussteigen? Äh, was du jetzt... Oh Leute, ist da noch irgendwas an? Aber wie du jetzt zurückkommst ist ne Sache, ne? Ja, warte, 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 warte Warten wir mal Bei mir steht einsteigen, warum kannst du nicht einsteigen? W экран Mh, mh, mh... Und wieviel wiegen wir? 28... 714 28 Tonnen Ja, ja Ja, ja 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 Ja, 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 ja Weiter zurück Noch ein bisschen Scheiße ist mir runtergefallen Ich seh nix mehr Ich bin blanco schwarz Ha Zweit Und Geil Scheiß drauf Leute Ich beende hier mit Ähm Schaut Nächstes Mal vorbei Wieder so auf dem Feld Mit Mit unserem Bauer Günther Wo ist der? Dauerste Günther Hallo Günther Hallo Und Ich bin ja ein Mädel Ne? Und Schaltet mit ein Wenns heißt Der Werner Und die Gudrun Auf dem Ach Hey Hey Andrew Aus Hey Hallo Andrew Andrew Ich kick dich Steig jetzt aus Bei drei bist du ausgestattet Eins Zwei Ich pack ihn mal rein Eins Zwei Der soll da nicht mehr hin Bist du Ich pack ihn 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 Nee Leute Spaß Ich bin raus Hau rein Andrew will jetzt auch noch Tschüss sagen Andrew Ne nicht Ciao Hau 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 Has Schal Hau Hau B